Neuer Part, neue Challenge. Welche Challenge haben wir heute am Start? Ja, das weiß ich selber nicht, das erzählst du uns, glaub ich mal. Nein, denn wir sehen hier deinen Bildschirm und ihr seht schon, er wählt aus Pantan. Denn er spielt heute nur mit Schrotflinte, also ganz innovativ. Ja warum, was für mich? Und du nicht innovativ. Du nicht, oder was? Ähm, ich sag mal so. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Oh! Das ist der Watteschlag. Ja, ja. Ja, mit was spielst denn du jetzt schon wieder? Ich hab dich gerade getötetet. Ich mach wieder Granaten-Only-Challenge. Ich glaub nicht, den schönen Tag, du Hacker. Ja. Ja. Erzählst du uns mal, was wir von heute finden? Ja. Einzigartige Maps spielen, das kann nicht sein. Da seht ihr mal was von demnig. Ja, was sehen wir hier? Schnee. Lawine. Weil. Okay. Jetzt. Winter ist. Nein, noch nicht. Das ist dann 22. Dezember. Ich muss grad mal überlegen, wann das Video da kommt. Oh! Oh! Ich bin fertig. Komm. Ähm. Ich will mit deinem Bildstrukturierenden Upload planen. Genau. Alles klar. So. Jetzt hat die Fahne runter. Ja, denke ich mir. Der Kellnbäuer Schlag, der sitzt da auch so in der Ecke. Kann ja gar nicht sein. Könnte der mich töten? Der Fettsack. Ganz ehrlich, lang. Sitzt der da noch? Sitzt der noch? Das kann nicht sein. Niemand kümmert sich und den. So. Ich hab die Fahne wieder gerettet. Ich bin einfach einzigartig. Da ist noch einer gekommen. Und was? Ich interagieren. So. Wir laufen jetzt da und huschen hier durch halt die Fresse. Ich ich. Und was verschenkst du so zu Weihnachten? Ähm. Ähm. Ja, ich verschenke natürlich im MC5 das Kopfgeldjäger-Paket. Aha. Oder wie? Du hast dann Updates jetzt hier gemacht, gell? Hm. Ja, also ich verschenke auf jeden Fall Headshots. Das verschenke ich an dich. Und MC2. Und in allen anderen Spielen. Und denk immer so Granaten. Ja, ich mach Granaten-Engle-Challenge. Warum machst du das nicht nächstes Mal, wenn du aufnimmst? Weil ich nicht aufnehmen kann, weil mein Spiel verpackt ist. Aha. Ist das so? Ja. Da läuft jemand. Wir warten mal ein bisschen. Ein bisschen mehr rankommt. Immer wird gut. Und hier. Was sind solche? Fettsäcke. Lang. Es wird wieder mal keiner hier. Oho. Packt er seine. Pistole aus. Das ist keine Pistole. Das ist eine Schrotflinte. Das ist keine Pistole. Das ist eine Schrotflinte. Eine gute. Das ist halt die Challenge. Das ist die Challenge. Wenn du dich machen. Ja sag mal. Verrecken die auch mal. Krieg auch immer nur solche Kill Assists. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Du bist da. Okay. So. So eine fette Drecksau. Kann nicht mehr. Ja. Lecker Mühe. Ja. Jetzt kommt der da. Der Fettsack. Komm doch her du fette Sau. Ja ist klar Raffi. Raffi. Ich hasse dich Raffi. Nur du. Der hat mich nicht mal angeguckt. Oh. Ich kann nicht mehr. Ah ja. Ja. Stell ich dir die Mal an. Gut. Ja. Dann erklär mir mal wie ich das machen soll. Auf der Map. Wie steht ihr alle nur hinten an euer Basis. Führt ihr oder was? Wie ist das hier für eine Strategie? Wie treten die mich hier? Wenn ich hier hinten setze. Was? Der steil ist durch die... Ich glaub's nicht. Von wo, hey? Von hier hinten hat's angezeigt. Der geht durch... 500.000... Jetzt hast du dir mal eine andere Map ausgesucht! Ihr könnt natürlich auch gerne weiterhin Challenge-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ah, das ist nicht seinem Ernst. Nein, keine Challenge-Vorschläge. Ich entscheide hier. Gar nichts. Gar keine Challenge. Ja, aber wir müssen die Leute dazu animieren, Kommentare zu schreiben, damit uns wieder höher gewenkt wird. Ob du mit den Kommentaren was anfängst, ist mir ja egal. Dann zeigt es doch nicht so laut. Ja, wie oft nur viermal von zwei Meter Nähe muss ich schießen, um jemanden umzubringen. Was ist denn das eigentlich für eine Waffe? Damit kann man ja gar nicht arbeiten. Damit kann ich gar nicht arbeiten. Damit kann ich gar nicht arbeiten. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Das war knapp. Kill Assister wie immer halt. Also mit der Waffe kann man... ...raumig arbeiten. Die bringt ja nicht einmal was auf Maps mit, wo man auf kleine Distanz... Das ist ja auch eine Challenge. Das ist ja auch eine Dreck-Sau eigentlich. Naja. Du. Ja, ich kann halt... Ja, ist doch mir egal, was du sagst. Ich mach halt Granaten-Owned-Challenge. Ja, ist mir scheißegal, was du machst. Ich mach halt Granaten-Owned-Challenge. Ich mach halt Granaten-Owned-Challenge. Ja. Ist mir scheißegal, was du machst. Ich mach die wirklich wahrhaftige Challenge am Spaß. Nein, ich mach die nicht. Aber... Ihr seht nur den Bildschirm meines Kollegen... ...mit seiner... ...Moot-Challenge. Ich mach das ja in jedem Tag. Ich mach das ja in jedem Tag. Lass dich mal gucken. AAAAAAAH! Und den Kollegen... Werft dem alles zusammen? Und ich gehe ja nicht. Ich gehe immer. Aha. Also schreib Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Die wir nicht beachten. Aber schreib es trotzdem rein. Denn... Es ist schon so. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Geht den Darm hoch. Sonst gibt's kein Lollipop.